hallo habt ihr box seid ihr ready let's gozen ja das war doch schon mal gut eben ja ging so was heißt hier ging so ne war gut war ein bisschen ja ein bisschen c3 ich würde ich sagen aber wenn die geht es eigentlich alles 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 gut ja alles alles wie bei westens und selbst bei euch also bei dir ja geil und bist du schon geburtstag ich freue mich schon ich wollte schon fragen bist du ready für morgen geburtstag ja ich bin ready für morgen ich freue mich total und ich habe mich schon lange nicht mehr auf dem geburtstag gefreut also voll gut voll gut macht ihr morgen was schönes hast du es vor am abend kommt kommt die family mal rum ja ist aber darauf freue ich mich schon als ich mein unter der woche geburtstag haben ist halt immer so ja das ist immer schwierig ich bin dahin wo ihr hinwollt ist bums er beginnt hier zum grand glacia dann gehen wir halt zum da den den popen nein das habe ich noch nicht das habe ich da will ich hin dann gehen wir dahin auf geht es einfach auf road hey wir wollten auf diese hürde suchen ich habe die auch nicht gefunden auf der map vielleicht ist die da ich glaube die können tatsächlich sogar hier sein jetzt siehst du holy moly kommt mal her wenn ihr in der nähe seit dann pech gehabt ich suche die höhle ja ich glaube ich i help you sofort sind da kommen leute runter hier unten ja da kommen trotzdem leute runter die holen wir uns jetzt die holen wir uns jetzt egal was passiert wollen wir uns jetzt und ihr kommt einfach zu mir und wir scheißen auf die leute ja genau aber die kommen genau zu dir runter ich bin bei dir ich bin durch hilfe oh mein gott wie geht man darunter ohne zu sterben rechts rum guten tag und siehst du hast geschafft nein so dann wenn ich dann mach mal den obligatorischen höhlenforscher so was gibt es hier so auch hier tatsache also schon eng das ist was hieß hat oder nicht ich glaube das war es wo sind die singenden dinge ich habe sie eben markiert auch gott sind die gold ich kann man mit euch was machen ich war es nicht was das hier in der höhe wirklich ich glaube das war es schon ja das ist das jetzt okay dann wiederbelebt ja dann würde ich sagen gehen wir in das teleport teleport klo das habe ich aber auch gedacht dass wir hier mit dem mit dem teleport klo einfach was machen kann ist das jetzt vielleicht verpackt kann es sein teleport klo sind weg du kannst dich mit dem was anderen teleport hier sind keine klo mehr das war's denn was habe ich nicht den teleport klo ist die zone kommt auch ja verdammt ich das könnte jetzt blöd werden ach bei der ersten noch nicht so ja das ist okay sind ja nur alles berge hier geht es lang vorsicht warte mal reiki ich helfe dir warte was heißt warten weiter gehen als warten ja wirklich jetzt machen kaputt ich bin mal ein bisschen action hier da oben ist er da oben ist er ja ich war ja schon wieder weg ja der hat ne der haut ab und da ist ein mpc den habe ich noch nicht ich habe den mpc noch nicht und warum bitte jetzt warum wird er mir jetzt nicht an dings gedingst also denken sich und ich glaube ich warte ich habe eine idee aber das funktioniert ja gar nicht mann ich bin schneller als du aber ich weiß auch nicht warum jetzt bin ich mir schon lang bist du gar nicht bin ich doch auch oh gott ist das nervig sag dir mal wahrscheinlich wenn es gar nicht mehr geht gelder dann ich hab was geangelt fast was die caterarten nicht du sind okay die bösen mit kaputt beziehungsweise sehr gut ihr macht das ich mobs mir einfach alles ich sehe schon das kann ich am besten angeschossen oder hinten der trifft aber gut der trifft gut er hat mich angetroffen das ist gut ja lass die lass sie mal lass sie mal rum machen hier ist das ja lass sie mal rum machen ich gehe mal die zugangskarte ja habe ich eigentlich schlechten not ja gerade ist gerade ist irgendwie ein bisschen kacke ja die haben mich gut betroffen ein habe ich sehr gut aber der hat mich auch was verdammt ein bisschen training ist auch ist halt echt so ich habe jetzt gesicht gegriffen zerstöre bäume mit der spitzhacke ja den auftritt habe ich habe ich auch genommen der ist easy das habe ich gar nicht ich hätte tanke fahrzeug noch also jetzt fencing fields oder wie ja ich muss der schaden zu füllen fancy fields let's go ich war gestern mal nach ewigkeiten beim klettern so muss der karte das ist ungünstig vor allem im arsch sehr gut und im kompletten oberkörper brust schultern sind eigentlich alles sehr gut klingt total angenehm ja also wird es auch absolut so als hätten wir doch nicht mehr da ist ja ein boss das ist ganz geil aber der rest ist nicht so wir sind auf jeden fall auch viele gegner das war jetzt aber nicht so viel und ich bin als erster spieler mit eliminieren und weiß ich habe ich habe mir erfahrungs den bekommen das schafft man auch nicht immer so weit weg ich bin einfach ein bisschen weiter weg weil die da die ganze zeit rum gemacht habe ich lasse sie nicht alleine können wir bitte nicht mir in so einen hot spots abspringen ich muss doch schaden verursachen apropos schaden verursachen ich versuche euch irgendwie zu helfen das ist der boss das ist der boss fuck das ist der boss das hätte mir auch mal einer sagen können hier das ist der boss machen es einfach mal ganz einfach zwei grad da liege ich als er da sucht mich einer wirklich dann ist die maleike ich suche euch ich hole euch ich mache euch doch ist es auf der links ja ich bin auf links raus dass er doch jetzt hinter dir links genau rechts ja ja aber ich muss doch erstmal ich muss mich doch erstmal in sicherheit bringen jungchen von was denn vor allem vor deinem himmel was auch ja ja warte springen nein nein warte 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 mal du hast mich wahnsinnig junge da sind überall gegner und der boss das macht doch nix egal ich weiß es nicht ich weiß es nicht man holt sich einfach immer rankecke und rinzt weg es war so verlockend es war so verlockend es war so verlockend sich von drei typen sich hier zu lassen ja tatsächlich das war angenehm selten was besseres erlebt ja das war nix hab gedacht das wäre nur eine das war spaßig ja aha ich will das spiegeln nächste runde was weil du so dumm bist ist das die nächste runde also also jetzt oh wir sind zeitgleich abgehüpft nice das ist das ist zu tief äh das war skill zu tief genau wir sind zu tief verbunden wollte ich sagen ist halt so ich habe es auch sofort verstanden das ist das ist das ist fast richtig ausgedrückt das war wirklich knapp oh gott du solltest hier weg sofort yes fuck 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 scheiße fuck 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 bist du auch ja das war der boss ne ja 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 wenn ich da in die arme geflogen bin ja genau der hatte richtig bock auf uns ja puh komm her ja der ist weg dann haben wir gleich wa der boss ja ja hier sind überall gegner also zumindest äh ich weiß nicht ob das zählen wir nicht meinste obwohl das müsst ihr eigentlich auch zählen das müsst ihr eigentlich auch zählen da müsst ihr eigentlich auch zählen wa probier es mal aus bevor du ja hier ist auf jeden fall der boss ich bräuchte hilfe ich glaube ich nicht mehr so viel aufhäl oh kacke dammter scheiße damit oh jetzt muss ich mich mal ganz kurz irgendwie heilen oder sowas warte ich komm zu euch ja nice ja hier ist ne treppe wo denn wo achso oder seid ihr schon hier ist bei mir ist ne treppe ja ah ja da ah perfekt wunderbar und auch ein gulli zum abhauen ah das sind die gullis okay so gulli 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 ran sam sam ah ah wie ach ja zu glück werde ich mal für 29 so geh rein ja rein in die gute stupe let's go nimm hier alles mit was geht hey jo was geht das brauchst du 34-35 jährigen nicht erzählen Mareike ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha habt ihr scharf schützen munition das wäre für euch ja 24 ist nämlich ja ich habe ein anderes ich habe andere wobei ich sollte vielleicht noch mal ich nehme mir noch mal ganz kurz ein anderes sniper gesicht was scharfschütz so sagt ja ready ready teddy kommen wir machen alles kaputt ja so also ich würde sagen wir gehen mal hier raus und gehen mal zum zug oder der zukunft der zu der zu der zu können keine bremse kam er hat keine bremse der zu kennt keine bremse same same but different Schaffen wir den? Warte, ich werde auf den Zug angeschossen. Du wirst von Zug angeschossen. Scheiße, ich bin nicht auf den Zug. Warte, warte. Shit. Nee, ich bin tot. Der auch. Der hat mich. Komm her. Warte, ich helfe euch. Ah, warte, 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 warte. Lois. Das ist nicht mein Begriff. Ja, der ist weg. Besinn. Warte, warte, warte. Ich habe ihn gleich. Nice. Alter. Oh, der war schön. Krass. Nice. Seid ihr beide weg? Ja. Hoppala, okay. Jetzt hole ich euch aber wirklich. Mhm. Da ist nochmal einer, der ist noch ein Stückchen nach rechts weg, äh, lang links weggerannt. Da hinten oder was? Ja, aber hol uns erstmal. Warte. Hol uns. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, auf geht's. Ist er da hinten bei mir noch ohne, ist er. Ja, ja, alles gut. Nein, das war scheiße. Warte. Warte. Okay. Okay. Hol uns. Ja, ja, ich hole euch. So, warte, 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 okay. Jetzt kann ich wieder, jetzt bin ich wieder voll. Oh, das ist ja neuer Neustart, denkst da unten. Ganz schön trainiert ein, dude. Hier wäre dann direkt was zu holen. Nice. Aber ich glaube, der ist hinter mir. Alter, wie lange will das du hier noch sagen? So, jetzt kann ich euch aber auch wirklich holen. So, hoffen wir mal, dass hier keiner ist. Hier ist niemand Kacke. Nein, hier ist keiner Kacke. Ach, ich hoffe, ich bin so eng. Ach, krass. Aber ich kann das auch wieder, ach, das ist ja geil. Okay. Ich kann das auch abbrechen und dann wieder von, also nicht sofort von vorne anfangen, sondern so ein bisschen. Das ist ja cooli. So, wunderbar. Danke. Sehr nett, das war sehr weihnachtlich von dir. So bin ich manchmal. Mir passiert nichts, wenn ich nicht gerade irgendwie Bock habe, die Gegner zu holen. So. Hat's nicht geladen. Verdammt. Verdammig. So, warte, verdammig. Huh, knapp was. Scheiße, hier ist ein Gegner. Ah, ah, ah. Fuck. Scheiße, ich habe ein Sniper weggeworfen. Fuck. Das sind NPCs. Das sind NPCs? Ja. So, okay. Dann ist ja... Dann ist ja nur... Ich hau mal ab. Hab noch nichts. Hoch. Oh, hier ist er weg. Da ist mein Sniper. Das ist ein Lurikätschner. Was ist das für? Sage mal. Mhm, mhm, mhm. Okay, das war eigentlich gar nicht so verkehrt hier. Hier ist ein Gartenzwerg. Wenn man den nimmt... Oh, äh... Das ist jetzt nichts. Oh, äh, was? Ich habe die Stumpf-Vorhersage-Karte. Ja. Wenn man den nimmt, passiert nichts. Verdammt. Ich fahre nur mal kurz zur Stumpf-Vorhersage hoch und komme dann wieder runter. Okay, tu er dies. Iiii, die Toilette ist total gammelig. Wo ist die Toilette gammelig? Warte, ich will die gammelige Toilette sehen. Guck mal, schon länger nicht geputzt. Oh, ist das geil. Warte, die ist... Die fängt sogar Feuer. Ekelhaft. Oh, ich kann kacken. Geil. Mit Kaffee in der Hand. Gibt es Besseres. Es geht eins zu eins durch. Oh, Gott. Iiii, geht's. Au. Komm, tu. Tu mal nichts. Das ist eine Meilen. Wirklich. Mein Herz. Das macht in meinem Herz nicht. Au. Da blutet das Herz. Oh. Oh, Gott. Was tut ihr? Boah. Keine Ahnung, was du meinst. Ich weiß es auch nicht. Steck mal aus. Ach, ne. Nein, steck nicht aus. Wie steckt man denn aus? Nein, egal. Nee, steck nicht aus. Oh, hier schießt er, ne? Da unten. Da unten. Ja, auf geht's. Wo ist er? Au. Ja, warte. Ja, der ist down. Bisschen. Wo ist er noch? Ja, der hat nicht mehr viel. No, denn? Hat er. Der ist tot. Der ist down. Hat der hinten auch noch was. Okay. Wo ist der noch? Ich hatte unten noch welche, aber er ist auch tot. Ich mag die Sniper. Also, Sniper könnt ihr mir immer geben. Mhm. Machen wir. Oh, weg sind sie. Aber das war... Also, da ist noch einer da, der lebt. Vielleicht ist es Harry Potter. Ich seh' ihn. Der boy, hulé. Oh, ist schon wieder einer weg, aber das war... Das ist der Harry Potter. Äh, da ist noch einer weg. Wo? Der war hier. Aber das war auch ein Einzelner. Also, das war nicht... Das ist der letzte Mate von dem Team. Oh, hier sind Gegner. Hier sind Gegner. Irgendwas ist hier. Ja, da ist der... Da, 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 da. Auf dem Dach, Dings. Da oben. Ah, ganz knapp. Ach, genommen hat der Fitz. Direkt schon einer hoch. Äh, äh, äh. Seid ihr bei mir hier oben? Oh, scheiße, Digger. Digga, du auch? Nein. Komm hoch. Ja, der hat mich außer Gefecht gesetzt, fast, der Kerl. Schafft ihr das? Digga. Fuck. Okay, warte. Ja, Marek, ich muss nur ganz kurz verpieseln. Ja, ihr lebt noch, ne? Ja, ihr lebt noch. Ich lebe nicht mehr. Ach, scheiße, das ist der Boss. Ich kotze. Ah. Ist das oben? Ich muss weg. Ah, fuck, wo kommt das? Scheiße, okay, ich bin tot. Boah, fuck, man. Meine Güte, also dafür, dass wir so kacke sind. Der war gut. Der war echt gut. Scheiße. Aber sein Skin, was ist denn das? Der mich zum ersten Mal gekillt hat. Boah, die haben aber krasse Skins, wirklich. Krass hässlich. Krass hässlich. Vor allem krass hässlich. Abgrundtief krass hässlich. Aber krass hässlich. Also krass hässlich. So. Ich glaube aber, ich wäre tatsächlich jetzt raus für heute. Ja. Na gut. Aber dann holt doch auch nochmal den Kronensieg, ihr Hübschen. Ja. Machen wir nochmal. Ja. Für dich. Der nächste geht auf dich, Benz. Sehr geil. Freue ich mich. Für dich hole ich den Kronensieg nach Hause. Sonst siehst du den Sternenhimmel nicht. Für dich trägst du so lang an. Na gut. Na gut. Denk dran, dass er keine distanzierten Lieder haben darf in seinen Videos. Das war so nahm Original. Das war richtig crazy. Alter. Nein, das war gut. Ja. Mein Goldkehlchen hört man. Das ist so. Goldkehlchen. Ja. Halalala. Alles gleich den Hübschen. Dann habt einen wunderschönen Tag. Tschüss. Dann macht's. Macht's schon abends. Euch auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss.